ja leute herzlich willkommen wir sind hier heute mein motto war für drei spielen der tim ist auch mit dabei und ja es wird beschissen es wird definitiv beschissen denn ja wie ihr seht es ist im deathmatch am start und ich weiß erstmal ganz welche klassisch nehmen soll ich glaube ich immer die type für lockdown oder ne vor allem dann kommt nämlich type natürlich ok bei lockdown hätte ich dann eher pumpe genommen aber so ist natürlich auch nicht schlecht und etwa ein paar waffen auf gold acr und pp90 und type auch und a12 auch gefällt mir alles ja ich glaube die ton qualität ist nicht die beste das wird beim netz mal besser die freunde sind jetzt etwas in eile der muss gleich noch irgendwie kleine kinder peinigen oder so der muss der ist eh jugendtrenner der muss alle kinder töten so wie ich das auch machen werde aber ja das läuft schon so und jetzt team deathmatch aufrollen ja ich glaube ich nehme die type ja ich glaube ich nehme meine snipe ja super damit gehe ich voll ab ach du scheiße ja das denke ich mir ja leute das ist katastrophal das ist ich katastrophal ich wollte so die type nehmen wo ist denn die type ja ich glaube ich nehme akka 47 wenn ich gerade schon auf gold gespielt habe ja ich bin auch dabei g36c auf gold zu spielen aber läuft nicht so jetzt mal hier type type auf gold bewundern die scores werden eh nicht die besten denke ich mal weil das hier ganze live ist und nicht jedes gameplay wird top wenn richtig versagen ich hoffe ich soll dann wieder hin du wixer schlecht 10 von 100 werden werden wir ganz gut aber so ja ich gehe ja schon da kommt schon mehr als apg so wir legen mal schnell einer da hin um uns rein zu schimmeln steht eine störung mal schnell kaputt und dann kommt auch schon erstmal wunderbar das ist geil sowas liebe ich ja und dann der small 1 da die hier ist weg ballert aber leute ich spiele gerade etwas defensiv das hängt aber auch damit zusammen weil die type eher eine waffe ist mit der man auf lange distanz gut spielen kann das bietet sich bei fallen eigentlich sehr gut an und wir liegen schon wieder genial hinten oh mein gott das ist echt schlimm da habe ich ein double gemacht ja tim hat seinen bewegungsrein von 5 metern den er nicht ändern wird vielleicht schon 5 auf 3 runter schrauben aber sonst läuft das schon war zu kämpfen ja das glaube ich stimmt ah ich sehe keinen gegner hey geil da werde ich genau wo sind die denn alle ich glaube ich kann nicht in die mitte rein weil ich sterben werde hier ist auch keiner zumindest keiner mit keiner ohne attentäter ja wo kommt der denn her der liegt ja unter dem auto was denn holen sie immer wie ich ja das stimmt wohl oh mein schwarz ok leute wir sollten nicht mal die klasse wechseln das ist mir alles viel zu langweilig zu lahm ich gehe jetzt mal auf die b90 damit ein bisschen action drin ist so schlecht was hast du denn ok oh mann ey hör doch mal auf ach naja gar kein ah geil ich hätte nur noch mit Lukejube abgekriegt Gott, ey, mein Aim lässt auch zu wünschen übrig. Ey, diese Scheiße, aber guck mal, er sitzt im Busch, im Busch, ey, im Busch. Es ist halt ne Busch-Map, da muss man im Busch sitzen, ey, das ist so schlimm. Und der hat ein Juggernaut, aus dem Vorräten. Verpiss dich, da ist ein Gegner, da will ich nicht sterben, da ist ein Juggernaut, oh Gott, ey. Mann, oh Mann, oh Mann, was haben wir denn? 6,5, das ist wieder genial, das ist echt klasse. Was ist denn mit meinem 6? Na, du hast 6,4. Kann man auch stolz drauf sein. Juggernaut ausgeschaltet. Sascha, wie kannst du Taktikanschick wegmachen? Ja, ich glaub mit Y. Ja, den kann ich jetzt, jetzt wurd ich gekillt. Ja, kein Plan, ich könnte man den verwerfen, ob der, aber ich weiß nicht, ob das bei M3 immer noch geht, aber müsste eigentlich. Ja, guck mal, wie er mit seinem Herzschlag-Sensor wieder gewartet hat. So geht das. So, läuft schon ein bisschen besser, 11,5. Ja, kann man lassen, kann man lassen. Na gut, bisschen wieder im Haus schümmeln. Geh mir mal einen Tim besuchen. Ah ne, wir sind wieder raus. Alter. Wow, 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 das war jetzt aber echt ziemlich brenzlig. Na, jetzt geht's gut ab. Specialist ist schon mal da. Ja, Double. Da ist doch einer. Da ist auch einer. Da ist auch einer, die holen wir weg. Und da ist die Freaks. Mach die schöne 3er-KD zunichte, die es hätte werden können, aber wir gewinnen dieses Gameplayers. Ja, Gameplay, sage ich schon, dieses Game. Ja, geil, 15, 16, ich kann kotzen, ey. Mit der PB90 ging's ja am Ende dann doch noch ganz gut ab. Bisschen Lack war dabei, ich krieg's schön in den Kopf gedödelt, reingedrückt. So eine Barret-Kugel, die sich ganz schön fett. Der Julian hat da von 10 zu Hause, so eine Armbrust hat auch zu Hause rumstehen, das habt ihr ja im Video gesehen. Ja, und, äh, ja, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zusehen, es war ganz schlimm. Ich bin der Beste, so ist ihr. Ja, Tim ist nicht der Beste, wir entschuldigen uns für die Tonqualität. Sie wird besser und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bleibt am Ball, macht's gut, ciao. Bleibt am Ball, versteh ich nicht. Am Ball, ciao.